Karlsruhe! 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 Die CGL-Tor, die präsentiert die drei... ...unser Schlechtrainer Christian... ...schatten wir einfach auf den Platz im Tor, die 23. Patru! Die Nummer zwei, Sebastian! Die Nummer sechs, Christian! Das ist unser Käpt'n, die acht, Christian! Und mit dem Nummer neun, Igor! Und das ist unsere Nummer zehn, Marlene! Marlene! Und hier Nummer sechzehn, Felix! Marlene! Begrüßt unsere 24, Fabian! Marlene! Und hier ist unsere Nummer sechsundzwanzig, Paul! Marlene! Marlene! Mit dem 28, Marcel! Marlene! Und das ist unser Nummer zweiundzwanzig, Robin! Marlene! Supergasse von Stacke! Marlene! Und hier regiert... Marlene! ... Marlene! Marlene!